Die Belagerung von Ovido fand vom 19. Juli 1936 bis 16. Oktober 1936 statt. Die Stadtgarnison unter dem Befehl von Oberst Antonio Arandamata erhob sich gegen die Zweite Spanische Republik und hielt der Belagerung der Regierungsstruppen bis zum Eintreffen der nationalistischen Truppenstand. Der Aufstand. Die Nationalisten sahen in der astorischen Provinzhauptstadt Ovido einen Ort, an dem eine Revolte gegen die Republik kaum erfolgreich sein könnte und gaben sie praktisch verloren. Die Stadt war 1934 Zentrum des astorischen Aufstands und galt als Zentrum linker revolutionärer Aktivitäten. Oberst Antonio Aranda, der als Republikaner galt, verstand sich einvernehmlich mit den örtlichen republikanischen Regierungsvertretern. Dagegen misstraute ihm die Verlangen. Aranda ließ das Gerücht verbreiten, dass er loyal zur Republik stehe. Das überzeugte die Regierung am 17. Juni 1936 4000 Minenarbeiter aus Ovido abzuziehen, um sie im aufkommenden Konflikt in anderen Teilen Asturiens und Spaniens einzusetzen. Aranda ließ alle Truppen der Guardia Civil und der Guardia de Asalto nach Ovido kommen und rief am 19. Juli die Revolte gegen die gewählte Regierung aus. Die Truppen der Verlange Guardia Civil und Guardia de Asalto schlossen sich Aranda an. Er übernahm die Kontrolle über die Stadt. Der Rest der Provinz stand ihm jedoch feindlich gegenüber. Errendes Plan Aranda war sich von Beginn an bewusst, dass es zu einer längeren Belagerung kommen würde und hatte sich darauf vorbereitet. Die von allen Seiten von Anhöhen umgebene Stadt war nicht einfach zu verteidigen. Aranda ließ diese Anhöhen besetzen. Die Madreder Regierung hatte nach dem Aufstand 1934 die Garnison von Ovido verstärkt und eine große Menge von Waffen und Munition in der Stadt gelagert. Aranda verfügte daher über 100 schwere Maschinengewehre und über eine Million Schuss Munition. Der Schwachpunkt des Plans war, dass Aranda nur über ca. 3000 Verteidiger verfügte. Dadurch war er nicht in der Lage alle Anhöhen um die Stadt zu besetzen. Während des relativ ruhigen Monats August baute Aranda seine Position aus indem er ständig kleinere Angriffe führte, die die Belagerer verunsicherten. Die Belagerung Die Belagerer bestanden aus Miliz-Truppen der Frente Popular und verbündeten Anarchisten. Diese begannen die Belagerung am 20. Juli waren jedoch gleichzeitig gezwungen die Belagerung der Stadt Chichon in Asturien durchzuführen. Die nationalistischen Truppen hielten Chichon bis zum 21. August 1936 so, dass die Verteidiger Ovidos Zeit gewannen. Nach dem Ende der Belagerung von Chichon waren die Truppen der Volksfront in der Lage sich ganz auf Ovido zu konzentrieren. Die meisten Angreifer waren Minenarbeiter aus den Minen Asturiens. Die Gewerkschaftsmitglieder Otero, ein sozialistischer Minenarbeiter und Eugenio Caricera, ein anarchistischer Stahlarbeiter, übernahmen die Führung der Belagerer. Zu Beginn wurde die Wasserversorgung der Stadt unterbunden. Bis zum 3. September kam es zu wenig kämpfen. Am 4. September kam die Stadt jedoch unter schweres Artilleriefeuer sowie ein Bombardement von 1500 Fliegerbomben, sodass die Gas-, Strom- und Telefonversorgung unterbrochen wurden. Vier Tage später versuchten die Angreifer mit Hilfe einer gepanzerten Dampfwalze einen Außenposten der Verteidiger einzunehmen. Die Verteidiger setzten auf Sandsäcke gehobene Artilleriegeschütze als Fliegerabwehrgeschütze ein und wehrten in einem zwölfstündigen Gefecht den Angriff ab. Der schwere Artilleriebeschuss tötete viele Zivilisten und viele starben aufgrund des Wassermangels und der dadurch entstehenden sanitären Missstände. Im Laufe des Septembers brach in der Stadt Typhus aus. Der Beschuss hatte jedoch den gegenteiligen Effekt, sodass sich etliche Einwohner den Verteidigern anschlossen. Am 4. Oktober begann die Volksfront mit einem Generalangriff auf die Stadt. Diese stand unter Erfolgsdruck, da die aus Richtung Galicien-Vorstoßenden nationalistischen Truppen nur noch 25 Kilometer entfernt standen. Aranda verlor die Hälfte seiner Truppen und sah sich nach einer Woche gezwungen, die ihm verbliebenen Stellungen auf den Anhöhen aufzugeben und die verbliebenen Truppen in die Stadt zurückzuziehen. Zu dieser Zeit hatten die Verteidiger 90% ihrer Munition verbraucht und die Kämpfe wurden immer mehr Mann gegen Mann geführt. Es kam zu schweren Häuserkämpfen und als den Verteidiger die Munition auszugehen schien, gelang franzistischen Piloten der Abwurf von 30.000 Schuss Munition. Aranda blieben noch 500 Männer und er zog sich mit diesem Instandzentrum zurück, um einen letzten Kampf zu liefern. Die Milizen der Volksfront hatten bis dahin ca. 5000 Männer verloren und auch ihnen ging die Munition aus. Das weitere Vordringen in der Stadt gestaltete sich immer schwieriger, da jedes Haus bis aufs letzte verteidigt wurde. Ende der Belagerung Als am 16. Oktober 1936 die Lage für die Verteidiger endgültig aussichtslos erschien, trafen die nationalistischen Truppen aus Galizien ein. Die Milizen der Volksfront sahen sich gezwungen, die Belagerung aufzugeben und sich auf ihre Positionen, die sie zu Beginn der Belagerung hatten, zurückzuziehen. Bis zum Ende des Krieges im Norden ein Jahr später hielten die Truppen Frankos einen schmalen Korridor, um die Stadt Oviedo zu versorgen.